Einfach Leuchten hingeschraubt haben und Kabel befestigt haben an den Fassaden und der Holowasch hat die Planung gemacht. Und jetzt hoffe ich, die Lampen brauchen, oder das sind keine Lampen, das sind LEDs, die brauchen so ungefähr drei Minuten, bis sie richtig warm werden und bis sie das Licht erzeugen. Und auf dem Weg sind wir jetzt. So circa, wir haben gesagt 22 Uhr, jetzt ist 22.06 Uhr, soll die Fassadenbeleuchtung in Bad Roda starten. Und jetzt sage ich schnell noch eins, an unseren Straßenlampen, an diesen stilgerechten, hängen so kleine, zwei so kleine runde Scheinwerfer, die beleuchten die Fassaden flächig, also da ist überall herausgehoben die Fassade und dann sind sehr viele Stableuchten-LEDs im Einzelnen angebracht, damit die Details der schönen Fassaden herausgehoben werden. Und da warten wir jetzt drauf. Ich hoffe, es beginnt demnächst. Bayern liegt 0 zu 1 zurück, das tut uns leid. Die Halbzeit hat vor ungefähr zehn Minuten begonnen. Wir sind natürlich... Ah, ich möchte den Blick lenken auf die Westseite des Marktes in erster Linie, genauso auf die Nordseite des Rathaus, Apotheke. Also das ist die Beleuchtung, Innenstadtbeleuchtung in Bad Roda. Ich denke, damit können wir uns sehen lassen. Ich bedanke mich nochmal ganz herzlich bei den einzelnen Hauseigentümern, dass sie zugestimmt haben, dass wir das machen dürfen. Und ich meine, ein besonderes Flair. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Weiterhin einen schönen Abend. Ich fange es aus, lasse ich es an. Einfach stecken lassen. Stecken lassen. мысли, fröh teasios. Ich reιde die runter. Hahaha. Ha. Nein. Nein.